Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM Production Kanal zu einem super spannenden Video, denn die letzten Videos auf diesem Kanal habe ich mit dem iPhone aufgenommen und geschnitten. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie schnell und einfach man eigentlich mit einem iPhone ein Video schneiden kann. Dafür benutzen wir die App iMovie von Apple direkt und wir starten jetzt hier direkt rein. Drei Videos habe ich eben schon hier aufgenommen, die siehst du jetzt. Und dann gehen wir hier einmal auf das Plus, um ein weiteres Projekt anzulegen, gehen einmal auf Filmen. Und jetzt hier links wählen wir die Medien aus, gehen einmal auf Video und sehen jetzt die letzten Videos, die ich hier mit dem iPhone aufgenommen habe. Klicken jetzt das letzte Video an, was ich heute aufgenommen habe, hier zum Thema, was ich dabei habe. Also als Equipment habe ich hier mein Pro Case vorgestellt, was ich immer zum Reisen dabei habe und alles Equipment da eben reinsortiert. Falls du das Video nicht gesehen hast, verlinke ich dir das hier auch nochmal. Und dann gehen wir hier weiter runter und fügen uns noch das Outro hinzu. Also wir wählen jetzt hier aus, welche Videos wollen wir in unserem finalen Film haben. Und das auch schon in der Reihenfolge. Das heißt, wir klicken das an, was wir haben wollen, aktivieren dann dieses Häkchen hier und dann hier unten eben auch. Und gehen dann hier unten auf Film erstellen mit zwei Objekten. Und da zeigt er uns auch schon an, ungefähr fünf Minuten ist das Ganze lang. Was haben wir hier jetzt? Also wir haben jetzt einmal hier das Video, was ich aufgenommen habe und direkt hinten dran schon mit einem Übergang das Outro. Den Übergang möchte ich nicht haben, deshalb klicke ich jetzt einmal den Übergang hier an. Das ist auch immer das Erste, was ich mache und sage keinen Übergang. Und jetzt habe ich hier quasi einen harten Schnitt dazwischen. Und der Vorteil an diesem harten Schnitt, beziehungsweise das, was sich daran ändert, ist, dass das nicht übergefaded wird und dadurch auch die kompletten Videos erhalten bleiben. Das heißt, nicht die letzten fünf Sekunden von dem einen Video gehen verloren durch die Transition und nicht die ersten Sekunden von dem anderen Video, weil die würden dann jeweils mit dem anderen verschwimmen. Und ich will die aber komplett mit drin haben. Was ich jetzt mache, ist, dass ich hier einmal das Video starte. Mein Name ist, bis ich da loslege und versuche dann ungefähr diesen Punkt zu treffen. Das ist wirklich etwas, was am iPhone auch super schwierig ist, diesen Punkt zu treffen. Dann tippe ich das, wenn ich das ungefähr ausgewählt habe, diesen Frame ungefähr habe, wo ich anfange, dann tippe ich einmal hier den Clip an und gehe dann auf Teilen. Und jetzt kann ich hier vorne, habe ich ein Teil jetzt abgeschnitten, jetzt kann ich auf Play drücken. Mein Name ist Adrien und ihr seht, ich habe es gut getroffen. Hier, da lege ich direkt los. Das heißt, ich kann den Teil hier vorne jetzt löschen. Einmal anklicken und löschen. Jetzt erkläre ich hier das ganze Video. Ich habe natürlich einen One-Take gemacht, um den Schnitt auch einfacher zu machen. Aber auch, weil es bei diesen ganzen Videos hier für mich auch darum geht, vor der Kamera das Sprechen zu üben. Und jetzt gehen wir zum Endpart, wo ich mich verabschiede. Und da ist Schluss in dem Frame. Und, ah, jetzt hat es mir das gezeigt. Das ist immer so, manchmal haut es einem das dann doch nochmal raus. Und dann versuche ich das auch genau zu treffen. Und sagt dann hier auch wieder Teilen und Löschen. Und jetzt gucken wir mal, ob das gut geklappt hat. Es gibt und wir beim nächsten Mal wieder zusammenkommen. Also, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Ja, hat gut gepasst. So, und jetzt bin ich fertig. Ich habe das live gemacht. Ich habe jetzt hier keinen Cut oder so dazwischen gesetzt. Das heißt, das Video habe ich jetzt hier am Handy, könnte ich auch im Bus machen, fertig geschnitten. Und dann, wenn ich fertig bin hier, gehe ich einmal hier oben auf Fertig und gebe dem Ganzen noch einen Namen. Ich nenne das Ganze jetzt mal Test, weil es hier eben auch in gewisser Weise um einen Test geht. Und dann gehe ich hier unten auf die Exportfunktion, also einmal diesen Pfeil nach oben und kann jetzt hier YouTube auswählen. Und das habe ich mir jetzt schon eingerichtet, das müsstest du dir noch einrichten, dass hier dein YouTube-Kanal, dass du dir hier angemeldet bist und dein YouTube-Kanal eingebunden ist. Und dann kannst du hier zum einen nochmal den Titel bearbeiten, du kannst die Beschreibung hinzufügen, die Kategorie, in dem dein Video gelistet sein soll, noch Attribute hinzufügen. Das sind dann sozusagen die Tags, kannst festlegen, in welcher Größe das Ganze hochgeladen werden soll. Das wäre jetzt bei mir Full HD, auch wenn es ein bisschen länger bedauert, ich will es in Full HD hochladen. Und dann kannst du auch auswählen, welche Datenschutzrechte. Und da kannst du es zum einen, wenn das Video hochgeladen ist, soll es direkt auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht sein. Das ist öffentlich, nicht gelistet, bedeutet auf deinem Kanal ist es verfügbar, aber es wird nicht in der YouTube-Suche angezeigt. Das heißt, es wird immer nur demjenigen angezeigt, dem du den passenden Link quasi zu dem Video schickst. Der Link ist dann quasi der Schlüssel oder eben privat, so mache ich das. Und wenn ich das dann nämlich privat hier eingestellt habe, ich gehe jetzt nicht auf Teilen, aber würde dann hier auf Teilen gehen, dann kann ich nämlich die App wechseln, einmal zu YouTube Studio und dann bei Videos taucht dieses Video dann auf. Das heißt, hier taucht jetzt das Video auf, das ich aufgenommen hätte und wenn es hochgeladen wäre, dann kann ich es einfach hier anklicken, wie zum Beispiel das letzte Video, was ich aufgenommen habe. Und jetzt kann ich hier nochmal auf den Stift oben gehen und auch noch ganz viele andere Dinge noch bearbeiten. Das heißt, ich kann hier ein Thumb-Mail hinzufügen, ich kann den Titel noch bearbeiten, die Beschreibung bearbeiten, das Ganze dann öffentlich setzen bzw. den Zeitpunkt festlegen, an dem ich es öffentlich setzen möchte, das Ganze noch in einer Playlist hinzufügen, Tags hinzufügen und noch viele weitere Einstellungen zur Monetarisierung, zu der Kategorie und so weiter machen. Also diese beiden Tools in Verbindung, das iMovie-Tool und hier die YouTube Studio-App, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, das ist super spannend, wenn es darum geht, deine Videos komplett mit dem Handy zu produzieren. Und wenn ich das dann so in meinem Workflow habe, in meinem Prozess habe, dann schätze ich mal, brauche ich so zwischen 10 und 15 Minuten vielleicht, die ich zur Nachbearbeitung von so einem Video brauche, wenn das Ganze als One-Take aufgenommen wird und ich keine Overlays und was weiß ich, was alles mache. Natürlich, das ist bei manchen Videos auch, sollte ich das machen oder es ist auch erwünscht, aber bei solchen Videos, wo ich mein Equipment vorstelle oder so, geht das so leicht von der Hand und wenn dich das interessiert, wie leicht das von der Hand geht, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich zeige dir in den nächsten Videos nochmal, wie genau auch die Aufnahme vonstatten geht, also wie nehme ich mit dem iPhone überhaupt auf. und sonst freue ich mich über ein Abo auf dem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.